Wie beschreiben Betroffene Polyneuropathie? Sie als Patientin oder Patient werden Ihre Polyneuropathie dahingehend beschreiben, dass Sie Gefühlsstörungen wie eben diese beschriebene Pamstigkeit, Pelzigkeit, dieses Ameisenlaufen wahrnehmen und hoffentlich auch mit diesen Worten Ihre Ärztin und Ihrem Arzt darstellen. Sie werden vielleicht auch diese vermehrte Ungeschicklichkeit in den Fingern, damit Ihre Einschränkungen in täglichen Verrichtungen wie Ankleiden, wie Kochen, wie beim Ausführen feinmotorischer Tätigkeiten wie beim Schreiben wahrnehmen und auch entsprechend beschreiben können. Und Sie werden möglicherweise eine gewisse Ungeschicklichkeit und Gangunsicherheit eben bei der Fortbewegung wahrnehmen und sollten das rechtzeitig Ihrer behandelten Ärztin, Ihrem behandelten Arzt kommunizieren. Wie kann sich Polyneuropathie im Alltag bemerkbar machen? Die Polyneuropathie kann Ihren Alltag dahingehend einschränken, dass Sie einerseits durch die Sensibilitätsverluste, Sie spüren weniger, Sie spüren schlechter Hitze, schlechter Kälte, Sie haben teilweise eine deutlich veränderte Schmerzwahrnehmung, aber auch in der Kraft, in der Grobmotorik und in der Geschicklichkeit, in der Feinmotorik Einschränkungen erleben. Das heißt, Sie können ganz einfach sich durch diese verminderte Wahrnehmung, durch diese eingeschränkte Sensibilität eher verletzen, sich wehtun und ungeschickter hantieren. Sie können Dinge nicht mehr so angreifen, kleine Schrauben muttern zum Beispiel beim Aufschrauben auf eine Schraube, aber auch beim Knöpfen. Diese Sensibilitätsstörung bedingt auch eine Einschränkung der Feinmotorik. Sie können aber auch durch Koordinationsstörungen Schwäche eher unsicher gehen. Das schränkt Sie deutlich in Ihrer Fortbewegung ein. Sie können stürzen. Die daraus resultierende Angst vor Stürzen führt Sie zum Rückzug. Sie gehen weniger hinaus und Sie dekonditionieren. Wer sich weniger bewegt, bekommt langfristig auch eine geringere Ausdauerleistungsfähigkeit und eine geringere Kraft. Das ist letzten Endes ein Teufelskreis, den man ehestmöglich, eben durch rechtzeitige Schilderung der Symptome bei der Ärztin und beim Arzt und eine Gegenregulierung durch den Arzt mit einer möglichen Adaptierung einer Chemotherapie entgegenwirken soll. Sollte ich meine Ärztin, meinen Arzt auch dann auf Symptome ansprechen, wenn sie mich nicht wirklich belasten? Das würde ich auf jeden Fall machen, weil Ihre Ärztin, Ihr Arzt, speziell der Sie behandelnde Onkologe, kann die für Sie überlebensnotwendige Chemotherapie anpassen, wenn es stärker wird, Ihre Symptomatik, die Sie dann sicher einschränken wird, und entsprechend rechtzeitig adäquat reagieren. Dazu ist zu sagen, dass die Chemotherapie-induzierte Polyneuropathie zwar sehr häufig ist, aber eine jener Polyneuropathie-Formen ist, die, wenn man sie rechtzeitig angeht, man sehr gut in den Griff kriegen kann und die letztlich auch von selbst mit entsprechendem Anstand zur Chemotherapie wieder vergehen kann. business 0810ника 09 1 0810 0810 0810 0810 0815 0810 0810 0810 08100 Untertitelung des ZDF, 2020